Servus! Heute mal nur ein kleines Video kurz zwischendurch. Ja, ja, ich weiß, ich war lange weg, bin ich Urlaub gehabt und war noch mit Matthias und Atze auf Tour. Die Videos dazu kommen noch. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Heute möchte ich kurz einmal Danke sagen und zwar an den Jürgen vom Kanal Wolkenfänger. Der hat mir nämlich ein cooles Paket geschickt und zwar habe ich mich kürzlich mit ihm in den Kommentaren darüber unterhalten, dass ich in seinen Videos immer extrem viel lernen. Das heißt, er hat ja so kleine Kniffe, so kleine Tricks, insbesondere was das Essen, die Essenzubereitung angeht. Da schaue ich mir gerne was ab. Ich hatte bei ihm so kleine Schwarzbrote gesehen und hatte kurz angemerkt, dass es die bei uns eigentlich gar nicht zu kaufen gibt bzw. ich habe sie noch nie gefunden. Da erwartet mich heute eine kleine Überraschung. Ich habe es schon aufgemacht und zwar ein kleines Fresspaket von Jürgen. Daher an dieser Stelle schon mal jetzt vielen Dank vorab. Und zwar dreimal die besagten Schwarzbrote, die definitiv auf meinen nächsten Touren zum Einsatz kommen. Gourmet-Vollkorn-Scheiben. Danke. Dann natürlich, damit es nicht so trocken ist, leckere Erdnussbutter, die natürlich auch mit auf Tour kommt, wenn meine Tochter sie nicht mehr weg ist. Ja, und die berühmte Salami in der Peperoni-Variante. Von daher an dieser Stelle, ich danke dir, Jürgen. Du wirst definitiv alles auf meinen nächsten Touren sehen. Und ja, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ich bereite gerade ein neues Video für meinen Kanal vor. Ich habe mir nämlich ein bisschen Ausrüstung geholt und die stelle ich euch die nächsten Tage mal vor. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns.